Herzlich willkommen zu Independent Days TV aus dem Filmhaus auf dem alten Schlachthof Karlsruhe. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Karl-Victor Krüger. Sein Film Operation 1414 läuft auf den diesjährigen Independent Days und darüber wollen wir uns jetzt miteinander unterhalten. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Worum geht es bei deinem Film? Im Film geht es darum, dass Inspektor Jean einen mysteriösen Todesfall untersucht. Also das Ganze spielte im futuristischen Straßburg im Jahr 2051 und indem er den Fall untersucht und dabei erholt ihn seine Vergangenheit ein, die auch mit dem Todesfall ein bisschen verwickelt ist. Und ja, auch der Name sagt auch ein bisschen was über den Film aus, weil das heißt, also 1, 4, 14, also das steht für DNA in Französisch, ADN. Ja, also A ist der erste Buchstabe im Alphabet, D der vierte und Ende der vierzehnte. Und genau, es hat so ein bisschen diesen medizinischen Aspekt, also weil es auch darum geht, dass, also ich wollte verschiedene Fragen auch mit dem Film fragen und ja, erstmal mit der Massenüberwachung, auch die im Film passiert und auch darüber, dass, ja auch über die Klassengesellschaft, also es gibt im Film diese Klasse A Menschen sozusagen und die Klasse B Menschen und die Klasse A Menschen haben, ja sind halt die Einflussreichen und haben Privilegien und so und auch in der Medizin und dadurch wird deren Leben sozusagen mehr wert als das von den anderen. Und ja, da denkt man natürlich gleich auch so ein bisschen an Marx, ne, zwar Klassengesellschaft, ja, Bourgeoisie, Proletariat, dann eben durch DNA-Veränderungen, dass man da dann eben auch tatsächlich dann Menschen hat, die privilegiert sind, ja. Ja, ja, ist eigentlich noch eine Dystopie, ja, aber gar nicht mehr so weit weg, wenn man sich anschaut, die DNA ist ja heute schon vollständig entschlüsselt, ja. Man kann sich dann eben überlegen, wie entwickelt sich das jetzt eben in den nächsten Jahrzehnten weiter und das ist ja natürlich auch so eine ethische Frage, die damit verbunden ist, ja. Was ist möglich und was darf passieren in der Medizin? War das auch so ein Aspekt, wo du gesagt hast, das interessiert mich jetzt eben, ja, so etwas als Science-Fiction umzusetzen? Ja, also es gibt so verschiedene Sachen, also beim Fortschritt gibt es natürlich auch viel Gutes, was da durch rauskommt, aber es kommt auch immer auch darauf an, in welchen Händen es gerät und ja, wenn es in den schlechten Händen gerät, kann es leider auch verschlechtet sein und ja, es ist auch eine Debatte aktuell, auch mit diesen künstlichen Intelligenzen, also es gibt zum Beispiel auch in der Medizin, wenn wir beim Thema sind, so Intelligenzen, die können dann so Krebszellen erkennen und ja, aber künstliche Intelligenz ist auch aktuell so ein Thema, ja, was auch schlecht sein kann, je nachdem. Ja, also immer so diese zwei Dimensionen, ja, es kann auf der einen Seite die Menschen voranbringen, auf der anderen Seite uns kontrollieren oder ja, also gerade eben bei KI ist das ja das große Thema, ja, würden sich die Maschinen dann über den Menschen erheben, ist ja eben immer so eine Fragestellung. Ja, wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie hast du deinen Film entwickelt? Ähm, ja, also da gab es zwei Aspekte, erstmal den, ähm, mit diesen ganzen Fragen, also ich wollte einfach, ähm, ja Fragen aufwerfen, ohne unbedingt Antworten darauf zu geben, also da kann jeder, ähm, seine Vision da sehen und, ähm, ja, das sehen, wie er will und, ähm, der Grund, warum es auch ein Science-Diction-Film war, also ich wollte eigentlich schon immer auch einen Science-Diction-Film machen und ich war eigentlich auch immer auch von diesem Blade Runner von Ridley Scott auch fasziniert auch immer und, ähm, es gibt auch ein paar Easter Eggs zu Blade Runner, auch zu anderen Filmen, auch viel zur Nouvelle Vague und so und, ja, auch, ja, halt so und es gibt ein paar Sachen, wenn man da aufpasst und, ähm, es war auch so, dass ich eigentlich auch im, durch Animationen im Film reingekommen bin, also im Film machen halt und, ähm, es war auch interessant, dann beides zu kombinieren, also mit, ähm, also es gibt ja auch viel VFX mit diesem Auto und auch diesen ganzen Geräten, die es eigentlich am Set so nicht gab und die, die es dann erst mit VFX gibt und ich fand das eigentlich ganz lustig, so auch zu arbeiten und, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wie geht man da vor, ja, äh, gerade bei einer Independent-Produktion, ja, wenn es um dieses Thema geht, ja, äh, es ist etwas nicht vor Ort, da muss man dann vielleicht auch dann die Schauspieler noch entsprechend anweisen, ja, wie hast du dann eben auch, da muss man ja gleich während dem Dreh auch ganz stark, äh, die Postproduktion mitdenken, ja, wie seid ihr da vorgegangen? Äh, ja, also es war, ähm, wie gesagt, äh, eine eigene Produktion, also ohne Produktionsfirma dahinter. Äh, wir hatten, was das VFX angeht, trotzdem einen VFX-Supervisor, der dann, ähm, geschaut hat, was alles im Rahmen des Möglichen ist und wir hatten auch am Set dann auch Requisiten, mit denen die Schauspieler auch interagieren konnten, ähm, und die dann im Nachhinein dann mit VFX ersetzt wurden. Also wir hatten beim Auto zum Beispiel haben wir so, ähm, vom, haben wir quasi so ein Auto, also nicht wirklich ein Auto, aber wir haben einen Sitz aufgebaut, dann, ja, ganzes Karosserie ein bisschen so, damit es was gibt zum Interagieren quasi. Ja, und man merkt es eigentlich überhaupt nicht, wenn man sich den Film anschaut, ja, was ist da dann eben jetzt, äh, digital noch dazu gekommen, ja, also wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, du hast ja angesprochen, du wolltest schon immer einen Science-Fiction-Film machen, aber es ist eigentlich ja ein Genre-Mix, weil es ja auch, ähm, ja, ja, Krimi-Thriller-Charakteristika hat, ja. Wie hast du diese beiden, zwei, äh, diese beiden Genres zusammengebracht? Ähm, ja, also ich fand das jetzt gar nicht so, ähm, ich finde, beide passen eigentlich gut zusammen, auch wenn man, also es ist eigentlich auch viel, ähm, Neo-Noir und Tech-Noir in diesem Film drin und deshalb, ähm, ist es eigentlich so, dieses, äh, Genre ein bisschen, das, ähm, das auch, ähm, ja, ähm, Krimi-Film auch mit Science-Fiction so, aber so, halt nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, ähm, ähm, also es ist so, dass der Film quasi, ähm, ja auch so eine ganz, äh, dunkle, ein bisschen eine düstere, ähm, ähm, Atmosphäre hat, auch durch diesen Neo-Noir und, also, ähm, es ist alles eigentlich auch nachts und da kommt auch dieses Krimi ganz gut rein, weil, ja, es in der Atmosphäre eigentlich ganz gut mitspielt. Ja, also diese dichte Atmosphäre und dann auch die Easter Eggs, die du angesprochen hast, diese Bezüge zu Blade Runner, die sieht man ja ganz stark und damit das Publikum, äh, sich eine Vorstellung davon machen kann, wie der Film, äh, aussieht, dafür hast du jetzt einen Ausschnitt mitgebracht, den wir uns anschauen. Musik 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 Wie geht man so ein Projekt an? Von der Idee Vorproduktion, Produktion, Postproduktion, da war ja auch vieles federführend, äh, ja, unter deinen Fittichen, ja, also, wie, äh, habt ihr das geplant und umgesetzt? Ähm, ja, also, viel habe ich, ähm, selber gemacht, weil auch kein, ähm, Produktionsfirma dahinter war, heißt, ich war eigentlich von der Vorproduktion, von der Finanzierung bis, ähm, also im Drehbuch ja auch und, ähm, bis zur Postproduktion eigentlich mitbeteiligt und, ähm, 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 ja, ähm, ja, ähm, es waren eigentlich auch alle, ähm, motiviert mitzumachen und, ähm, ich hatte eine tolle Crew und tolle Schauspieler und, ähm, ja, die haben auch alle freiwillig mitgemacht und, ähm, ja, auch die, die Drehorte und, ähm, ähm, ja, und alles konnte gut, äh, fast preiswert oder kostenlos sogar organisiert werden und, ähm, ja, das war halt auch durch meine tolle Crew und den tollen Schauspielern möglich, den Film auf die Beine zu stellen und deshalb auch nochmal hier einen Dank an alle, die mitgemacht haben. Mhm, ja, starke Leistung. Du hast gerade die Drehorte angesprochen, ähm, ähm, ja, wer, ähm, auch zum Beispiel das KIT-Areal in Karlsruhe kennt, das spielt ja in Straßburg, das hast du schon dargestellt, ja, aber es gibt ja auch Szenen, die du beispielsweise im Mathematikgebäude am KIT gedreht hast, ja, wie, wie habt ihr da diese Drehorte ausgewählt? Ähm, also es war so, also ich bin ja eigentlich ein gebürtiger Karlsruher, ich bin in Karlsruhe aufgewachsen und habe auch in Straßburg gelebt und deshalb sind beide, ähm, Städten eigentlich mir bekannt und, ähm, ja, und ich fand es eigentlich ganz schön, auch beides so ein bisschen zu kombinieren, ähm, also vielleicht kann ich mit dem KIT anfangen, weil es ja schon angesprochen wurde, das war so, ähm, also ich war eigentlich auf einer anderen Location-Besichtigung und das war aber nicht so passend und irgendwie, ähm, ist mir dann, also ich habe am KIT studiert und dann ist mir das eingefallen nochmal und dann habe ich, äh, gedacht, ja, das ist doch ganz schön dort und, also dieses Mathematikgebäude ist ja auch sehr futuristisch, also sieht so aus und auch sehr künstlerisch ist mit diesen Kugeln, also, ähm, architekturalisch, ähm, sehr schön und, ähm, ja, dann habe ich da gedreht, aber auch im SCC-Gebäude, da wurde auch eine Szene im Serverraum gedreht, diese eine Szene und, ähm, genau, und dann haben wir auch, ähm, ja, in Straßburg gedreht, äh, haben wir halt die Außensachen meist, also viel außen gedreht, auch in den Straßen, ähm, und da war es so, dass, äh, die, ähm, wir haben da auch viel in den Straßen und aber auch im Hafen gedreht und auch im Naturschutzgebiet von Straßburg und, ähm, ähm, die, ähm, die, ähm, Drehgenehmigung war auch ein bisschen schwierig durch Corona und, ähm, und wir mussten auch dann im Camping übernachten, weil das war noch während der Ausgangssperre, heißt, dadurch, dass wir nachts gedreht haben, ging es nicht anders und, ähm, wir haben auch viel mit Regen gedreht und, äh, da haben wir auch eine Regenmaschine, aber ich glaube, ich, schweige jetzt ein bisschen vom Thema ab, ich bleibe bei den Drehorten, ähm, also wir haben im HFG, in der HFG gedreht, hier in Karlsruhe und, ja, das war sehr schön, da haben wir diese Flashback-Sequenzen gedreht und die haben wir quasi selber gebaut, also, da war, da ist ja dieser Flur und den haben wir quasi mit Wänden selber gebaut und, also, auch, ähm, den gibt es jetzt nicht mehr nur im Film und dann haben wir auch ein Wasserbecken am Ende gemacht, äh, für diese Wasserreflexion, die wir auch, äh, in mehreren Aufnahmen haben und, genau, und, ähm, ja, dann haben wir auch noch diese, eine Sequenz, diese Autofahrt, die haben wir ja mit Rear-Projection, also mit Rückposition gefilmt, also da haben wir, ja, wirklich ganz klassisch, ja, mit, ja, dann mit dem Projektor hinten rein und, ja, also quasi von hinten auf der Leinwand und, ähm, wie man das ja auch aus dem Film noch erkennt, ne, also, das unterstreicht das ja einfach auch, weil die ja die gleiche Technik hatten. Ja, also, mir war es eigentlich auch wichtig, das so zu machen, weil, ähm, und nicht auf Green-Screen, weil es irgendwie ein anderes, ein anderes Feeling hat einfach, diese Technik und auch, ähm, wir hatten ja auch Regen dann auf dem, auf dem Auto und, äh, ja, genau, das war, das war, das war sehr schön, fand ich auch noch, das sieht, ich finde, das sieht besser aus, also ich hab das, das ist jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt hab, weil, ähm, ähm, ich drehe am meisten, so viel es geht eigentlich in der Kamera, und, ähm, ja, und, also mit dem VFX natürlich, das ging jetzt nicht, so weit sind wir nicht, aber, ähm, ja, das war, ja, so ganz schön, finde ich, das Bild zu haben, ähm, in der Kamera, und, äh, ja, ja, das, dafür haben wir dann auch in Straßburg erst mal die, die Hintergründe gefilmt und so, ja. Da habt ihr ja wirklich einige Register gezogen, ja, also wirklich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau produziert, ja, Ja, du hast ja auch angesprochen, ja, ihr wart ja Regenmacher auch, ja, äh, wie schwierig ist das, so ein Projekt independent zu stemmen? Ähm, ja, es war schon schwierig, ähm, weil, wie gesagt, ich ja auch, ja, eigentlich von Anfang bis Ende, also von der Vorproduktion bis zur Postproduktion stark, äh, involviert war und viel gearbeitet hab auch und, ähm, viel organisieren musste. Ähm, ich kann zum Beispiel auch von der Regenmaschine sprechen, ähm, die haben, ja, die habe ich selber gebaut, ähm, also, ja, mit einem, mit einem, mit einer Wasserpumpe und Stative und Schlauch und, also, ganz viel Sachen. Mit dem Schlauch dann Löcher rein? Genau, ja, und, ähm, ja, die haben wir dann benutzt, auch mit Stromgenerator in Straßburg, das war auch ein Laut dann, und, ähm, ja, und das war auch, ähm, ähm, an manchen Orten hatten wir halt kein, kein Zugang zu Wasser, das war dann über Kanister, dass wir, dass wir Wasser hatten, was dann auch stressig war, zu sehen, wie das Wasser so, äh, weniger wurde, äh, und dann, ja, äh, Was auch ironisch war, weil nach, ich glaube, zweimal ist das passiert, dass danach irgendwie es angefangen hat zu regnen, also, und, ähm, ja, und, äh, ja, das war das eine mit der Wassermaschine, äh, mit der Regenmaschine, und, äh, genau, und, ja, also, es war schon schwierig, aber, ich finde, es hat auch Spaß gemacht, und man ist auch stolz dann, wenn, wenn man sowas, äh, auf die Beine bringt. Ihr habt das mit, äh, dem Budget gemacht, ja, also, ganz kostenfrei ging's ja nicht, ja, ähm, wo kamen eure Gelder her? Ähm, ähm, ja, wir haben über Crowdfunding was gekriegt, ähm, ja, und halt selber auch, musste ich auch was investieren, ja. Ja, ja, für die Kunst, für die Filmkunst und Leidenschaft, ja. Nochmal, äh, zu deinen, äh, grandiosen Schauspielern, ja, wie bist du auf sie gekommen, wie hast du die gecastet, ja, und wie hast du sie dazu gebracht, dann bei dir für dieses Projekt zur Verfügung zu stehen? Ähm, also, ja, die Stauspieler kamen jetzt aus Paris, also, die Katja, ähm, die die, äh, wie sie spielt, ähm, dann haben wir ein paar aus Straßburg gehabt und auch aus Berlin, und, ja, ich hab die eigentlich online gecastet, also, hab dann, ähm, eine Ahnung ausgeschrieben und, ähm, ja, bin so mit denen in Kontakt gekommen, und, äh, ja, selber habe ich ja auch mitgespielt und, ähm, hab das, ja, es hat auch Spaß gemacht, mitzuspielen und auch, es hat auch ein paar Sachen, ja, vereinfacht bei manchen Drehorten und so, und, äh, genau. Spannend, ja. Ähm, aber das ist jetzt an einem neuen Projekt? Ja, ähm, also, gerade schreibe ich ein Drehbuch, ähm, also, ich bin jetzt so, ähm, ja, mit dem Tweetment fertig eigentlich, und, ähm, ähm, ja, das ist ein Film über den Ozean, und, äh, genau, ja. Aber mehr willst du jetzt noch nicht verraten, aber auch wieder ein szenischer Film? Ja. Ja, wenn ich Ozean höre, da denke ich ja gerade auch an Der Schwarm von Frank Schätzing, der jetzt gerade ja auch läuft, ja, geht es in die Richtung auch wieder ein Thriller? Ähm, nee, nicht wirklich, ähm, aber, ja, auch ein sehr visueller Film, auch mit, äh, Unterwasseraufnahmen für ihn und so. Ja, ja, wo willst du das dann drehen, an welchem Ozean, weißt du das schon? Ähm, das muss ich noch schauen, ja. Hm, jetzt erst mal schauen. Ja, erst mal schreiben und, ja. Ja, und, äh, die Finanzierung, wäre das dann ein längeres Projekt? Ähm, ja, das würde darauf ankommen, also ich würde da schauen, auch, ob ich da einen Produzenten an Bord kriege und je nachdem dann, äh, würde das Projekt auch vielleicht länger werden, also, ja. Ja, ja, da drücke ich fest die Daumen, dass du dieses Projekt genauso gut umgesetzt bekommst wie Operation 1414. Und, ähm, ja, dieser Film, der ist ja für alle, die jetzt sich dafür interessieren, ähm, bei den Independent Days zu sehen am Sonntag, 23. April 2023, um 14.30 Uhr im Filmprogramm Karlsruhe and Friends. Das Programm kann man sich nochmal anschauen, online unter www.independendays.de. Den Link werden wir ja auch dann nochmal reinposten in das Beschreibungsfenster. Und, ja, ich würde mich sehr freuen, euch bei den Independentes begrüßen zu dürfen und, äh, dort werden auch die Filmwacher vor Ort sein. Auch du wirst dir deinen Film vorstellen, denke ich persönlich und da dann eben auch nochmal Q&As beantworten. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute.